Was? Hast du jetzt geschummelt schon wieder? Nein. In dem ersten Video, was du nach deinem Urlaub mit mir aufnimmst, direkt schummeln. Findest du das in Ordnung? Nein. Ja! Was läuft? Leute, ich bin wieder da! Danja, freust du dich, dass ich wieder da bin? Also ich freue mich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Ja, Lüge. Lüge! Ja, ist keine Lüge. Ich glaube, es ist auch kein Tag vergangen, an dem nicht ein Zuschauer zumindest mal gefragt hat, wo du bist. Du wurdest vermisst. Leute, vielen Dank. Also ich habe das auch gemerkt. Also bis auf die, ich sage mal, zwei Instagram-Nachrichten, die ich bekommen habe, vielen Dank dafür, wurde ich anscheinend gar nicht so vermisst bei euch. Ja, ich mache nur Spaß. Ich weiß, ich weiß, ich habe euch auch vermisst und ich freue mich, wieder da zu sein. Und der Urlaub war gut. Er war sehr gut. Ich habe mich gut entspannt und natürlich auch top vorbereitet auf das heutige Hide and Seek. Und zwar gab es ein neues Update in Brookhaven, habe ich gehört. Ja. Und da gibt es jetzt so Luxusvillen auch. Richtig. Wie gefallen die dir so? Ja, die sehen auf jeden Fall schon mal gut aus. Ich habe sie mir auch ein bisschen angeguckt und wir werden heute ein Hide and Seek da machen. Komm doch einfach mal zur South Estate und dann starten wir hier. Okay, dann werde ich das tun. Noch ein bisschen. Ich muss nur, glaube ich, rüberlaufen, ne? Ja. Oder mit dem Auto. Ja, Leute, in der Zwischenzeit kann ich von meiner Zeit im Urlaub erzählen. Also, es war Urlaub. So. Also, aber ich bin ganz ehrlich, also ich habe euch vermisst, ich habe auch Danja vermisst und ich habe auch die Videos vermisst. Also, die Woche, also wo ich jetzt Pause hatte, war natürlich gut. Aber ich war ja auch schon ein bisschen früher im Urlaub, ne? Ich hatte ja auch vorproduziert, aber ich habe nicht so viel geschafft. Aber dann habe ich gesagt, komm, weißt du was? Also, ist auch gut. Jetzt reicht es auch. So, ne? Also, dann war eine Woche Pause und jetzt bin ich wieder da. Und, äh, also es wird jetzt erstmal so sein wahrscheinlich, dass heute nur ein Video kommt, morgen auch und Mittwoch auch. Und dann werde ich ein bisschen kommunizieren, wie wir das in nächster Zeit machen, ne? Weil, also, wir haben ein paar tolle Videos vor und dann haben wir vielleicht mal beschlossen zu sagen, hey, wisst ihr was? Vielleicht nicht 14 Videos, sondern vielleicht nur 10, 11, 12 Videos pro Woche. Aber dazu kommen wir noch. Hallo, kannst du mal aufhören, mit dem Hubschrauber hier auf meinem Haus zu landen? Was soll das denn? Na, ich muss ja irgendwie schnell bei dir ankommen und der Hubschrauber ist dann nun mal die schnellste Lösung. Also, ich habe mir das Haus zwar ein bisschen angeschaut, aber... Ja, also, es ist ein bisschen schwer, sage ich euch, Leute. Also, ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Ja, okay. Ich glaube, also, das könnte ein gutes Versteck sein. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Okay, Daniel, ich habe mich versteckt. Du hast jetzt drei Minuten Zeit, mich zu suchen in dem Haus. Ja, also, erstmal habe ich hier eine wichtige Message. Ach, die Leere. Nee, das siehst du hier auf dem Bildschirm dann im Schnitt. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, und jetzt kann ich dich suchen kommen im Haus. Was ist das für eine Message? Ja, die ist sehr wichtig. Vielleicht siehst du es dann auch gleich, wenn du rauskommst aus dem Versteck. Oh, ja, okay. Okay. Also, wir machen das so, wir machen das zwei Runden jeweils in den Häusern und dann zum Abschluss eine Runde noch in diesem Gefängnis, okay? Okay. Gut. Gut. Dann darf sich jeder sozusagen überall verstecken und suchen. Mhm. Ich wusste das natürlich vorher, weil wir früher immer drei Runden gespielt haben und jetzt sind drei neue Häuser dazu gekommen. Das wusste ich natürlich. Das ist mit Wolfpack abgesprochen. Genau. Ist ja klar. Der hat dich angerufen und gefragt, ey, wie soll ich die Regeln für Side & Seek machen? Ja, also, der angerufen nicht, er hat mir nur bei WhatsApp geschrieben. Weil Anrufe gehe ich einfach nicht ran. Ach so, ja. Ist so ein Grundsatz von mir, das mache ich einfach nicht. Ja, ja, ja. Dafür ist er einfach zu wichtig, Leute. Ja, natürlich, also bitte. Ja. Also, äh? Also, falls ihr Fragen oder so habt, bitte erst an Danja, weil sie ist so, sie kümmert sich um die Anfragen bei mir. Ja, genau, ich bin quasi deine Sekretärin, ne? Ja, ich wollte es nicht sagen, aber gut, es ist halt so, ne? Also, die Berufsbezeichnung kannst du, also, kannst du dir aussuchen. Ja, genau. Ja. Komm, du darfst auch, du darfst dich auch Chefassistentin nennen. Mhm, danke schön. Kannst du mit Lena drum kämpfen. Oh, nee, danke. Lena, ich gebe den Posten gerne ab. Leute, wie gesagt, wenn was ist, bitte an Danja und dann gerne an mich, ne? Wenn es wichtig ist. Wenn es wichtig ist. Ich würde euch bitten, jetzt alle mal Kahn eine ganz, ganz wichtige Nachricht zu schreiben und zwar das, was ich vorhin da vorne geschrieben habe. Das ist eine sehr, sehr wichtige Nachricht und die solltet ihr nicht an mich schicken, sondern an Kahn, weil das ist wirklich mal etwas, was halt wichtig ist, ja? Ja, weißt du was, ab in die Kommentare damit. Ja, wirklich, ab in die Kommentare damit. Jeder, also so mindestens fünfmal kann das hier jeder in die Kommentare schreiben, weil das eben wirklich schon, das ist wichtig. Kahn hat es gerade auch selber einfach gesagt, ja, dass das wirklich wichtig ist. Meine Zeit ist übrigens auch um. Oh, Danja, das tut mir ja gar nicht leid. Ich war im Kühlschrank. Na toll. Okay, so, kann ich jetzt die Nachricht hier vorne sehen eigentlich? Solltest du, ja. Vor dem Haus? Nein, nicht direkt vor dem Haus, aber... Ach so, ich stinke nicht. Hallo? Du stinkst. Oh, ich hoffe, zu dem Zeitpunkt haben schon ganz viele Leute das in die Kommentare geschrieben. So, ich kann ja mein Haus schon mal... Obwohl, nö, ich lösche es nicht, weil... Du hast es gerade gelöscht. Nein, habe ich nicht. Habe ich? Ja, hast du. Oh, ich wollte dich nicht löschen. Jetzt ist voll der Danja-Move gerade gewesen. Nee. Okay, ich baue es gleich wieder auf, kein Problem. So, okay. Hast du dich bei dir schon versteckt? Ich dachte, ich soll mich bei dir verstecken. Nö, jetzt versteckst du mich erst mal bei dir. Du hast doch gesagt, zweimal in jedem Haus, damit sich jeder... Ja, aber wir wechseln immer, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Hallo? Du wolltest jetzt einfach nur wechseln, damit es nicht ganz so peinlich ist. Dass du dein Haus gelöscht hast. Verzeihen Sie, aber habe ich die Null gewählt? Oh, jetzt geht der Spruch schon wieder los. Wann wirst du mal müde von diesem Spruch? Ich glaube, den sagst du 38 Mal am Tag. 34 Mal? Ja, ich glaube es auch. Ja, ich glaube es auch. Und wie sind die Streams eigentlich gelaufen, Danja? Hast du gestreamt? Ich habe auch gestreamt, ja. Also ein bisschen weniger, weil ich hatte ja Zahn-OP. Mehr will ich gar nicht wissen. Mehr will ich gar nicht wissen. Ist okay. Nein, Spaß. Wir haben ja über deine Zahn-OP schon gesprochen. Ist alles gut gelaufen? Äh, ja, währenddessen eigentlich schon. Ich habe jetzt im Nachhinein ein bisschen Probleme, aber... Reicht auch, reicht auch, reicht auch, reicht auch, reicht auch. Aber, äh, ja. Ja, ansonsten... Ja, schön. Es sind alle Zähne raus, sagen wir es mal so gut. Also nicht alle, nur die vier Weißer-Zähne. Ja, wie geplant. So, du kannst mich suchen, komm. Okay. Äh, dein Tipp? Ich bin versteckt. Ähm, nein, ich bin, ähm... Stopp, 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 stopp. Danja, jetzt muss ich dich sogar stoppen, weil ich habe auch keinen Tipp gerade gegeben. Ach so, ja, stimmt. Okay, drei, zwei, eins und go. Danja, also ganz ehrlich, manchmal denke ich auch so... Also, unfassbar. Ja, ich wollte halt, keine Ahnung, nett sein, ne? Das ist jetzt gar nicht hinterfragt. Okay, äh, jetzt muss ich natürlich erstmal wissen... Okay, du hast die Balkontür aufgelassen. Das könnte sein, dass du natürlich hier draußen irgendwo bist. Ja, Danja, das fand ich sehr klug. Habe ich dich? Nee. Hast du hier? Nö. Okay, äh, ich merke schon, du hast ein bisschen Panik. Warum? Ja, weil du gerade zu ruhig geworden bist. Ach so, nee, ich lasse dich nur suchen. Ja, dann suche ich mal. Du bist bestimmt hier im Baum. Bestimmt. Nicht im Baum? Ärgerlich. Vielleicht in diesem Baum. Auch nicht. Bist du im Wasser? Ja, such mal schön draußen weiter. Das könnte auch eine Falle sein. Okay, ich geh mal rein. Ich geh mal rein. Und schau mal, was da so los ist. Das ist aber ein schönes Haus, muss ich sagen. Ja. Das ist echt schön. Kennst du in den Häusern die Secret Spots schon? Äh, nicht alle wirklich. Also ich weiß im Gefängnis von dem Lüftungsschacht. Ja. Aber sonst bin ich eigentlich noch nicht so gut informiert. Aber du kannst mich ja informieren. Da bist du mir vielleicht wieder einen Schritt voraus. Vielleicht. Wenn du jetzt natürlich hier ein Secret versteckt hast, ist das natürlich ein bisschen blöd für mich. Du hättest dir natürlich meine Videos angucken können. Dann wüsstest du das jetzt, wo die Secrets sind. Ich hätte auch barfuß über Lego-Steine laufen können. Aber ist beides die gleiche Qual, ne? Äh. Hm? Weißt du. Oh, hier gibt es auch eine Sauna? Ja, wo bist du denn? Wie lange hast du eigentlich noch Zeit? Äh, noch 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden habe ich Zeit. Ich habe das Gefühl, das andere Haus ist etwas größer. Äh, wo bist du denn? Hä? Hast du dich hier versteckt, warte? Hast du dich hier hingesetzt? Ich habe dich. Nein, hast du nicht. Du schreist manchmal einfach so random. Ich habe dich. Obwohl du überhaupt gar keinen Anhaltspunkt hast. Okay, Zeit ist um. Zeit ist um. Zeit ist um. Wo warst du? Ich war im Secretspot. Oh, wo ist der Secretspot? Ob ich dir den jetzt wirklich zeigen soll? Ja, musst du. Ja, musst du. Jetzt sag. Jetzt sag. Ja, wo bist du denn gerade? Äh, oben. Dann komm mal runter hier. Ach so. Ja. Der ist quasi hier oben drüber in dieser Holzverkleidung über der Küche. Wo? Ja, da drin. In der Holzverkleidung. Aha. Ah, okay. Ah, hier ist auch der Safe. Ja. Ist gar nicht so einfach, wenn man die Häuser nicht kennt. Ja, wie gesagt. Ich finde aber, das andere Haus ist ein bisschen größer. Weißt du was? Ich versuche es jetzt so. Okay, ich bin versteckt. Okay. Ab wann soll ich eigentlich den Timer starten, wenn ich im Haus bin oder über die Schwelle trete? Ne, ab, go. Ach so, na dann. Also eigentlich, wenn du sozusagen Auffahrt hoch gehst. Aber schön, dass du das erst in der zweiten Runde fragst. Aber gut, in der ersten Runde hast du mich ja nicht gefunden. Ja. So. Gucken wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Hier müsstest du mich jetzt eigentlich finden. Ich bin ganz ehrlich zu dir, Daniel. Okay. Hier müsstest du mich finden. Das ist ein bisschen eine weirde Aussage. Das ist auch dein Lieblingssatz geworden, ne? Das ist eine weirde Aussage. Das habe ich doch jetzt einmal nur gesagt. Das sagst du immer. Das sagst du immer. Ja, zu dir wahrscheinlich. Weil du halt ständig komische Sachen erzählst. Darf ich ganz ehrlich sein? Ne. Bitte sei es einfach nicht. Das geht immer schief. Diesmal nicht. Versprochen. Doch. Versprochen. Ja, ich glaube es dir aber nicht. Versprochen. Ich will es doch aber gar nicht hören. Ja, aber versprochen. Ja, wenn du es unbedingt sagen musst, sag es doch. Ich glaube, ich bekomme Blähungen. Ich fühle mich so aufgebläht heute. Kennst du das? Ja, das kenne ich wohl sehr gut. Ja. Hat es sich gelohnt, dass ich das gesagt habe? Ja, vielen Dank für diese Information. Das hat uns wirklich allen wirklich ganz enorm weitergeholfen. Vielen Dank. Das war die Nachricht des Tages. Ja, wirklich. Karin hat Blähungen. Nein, ich habe nicht gesagt, ich habe Blähungen. Ich habe gesagt, ich bekomme, glaube ich, Blähungen. Das ist ein großer Unterschied. Da bist du. Hier, hab dich. Da bist du. Ich hab dich. Die Zeit ist aber schon längst um gewesen. Ich habe auf die Uhr geguckt. Nee, ich habe noch eine Minute 23 zum jetzigen Zeitpunkt. Okay, gut. Dann verstecke ich mich ein letztes Mal. Wolltest du mir jetzt echt diesen Punkt streitig machen, indem du es einfach mal versucht hast? Ich kenne mich halt mit den Häusern nicht so gut aus. Ja, das heißt doch aber nicht, dass du schummeln darfst. Ja, aber trotzdem, du hast schon so ein bisschen... Nein, habe ich nicht. Wenn du gewinnst, ist das klar, weil du kennst das Update schon besser als ich. Also zählt das eigentlich nicht, wenn du gewinnst. Ja, okay. Ach so. Okay, komm ruhig zu mir, zum Gefängnis. Ich bin schon da. Warte, du hast dich bisher nur einmal versteckt, ne? Ja. Okay, dann bauen wir erst das andere Haus. Warte. Also, das... Die Werbetafel da oben gefällt mir gar nicht. Und aus diesem Grund ändern wir das jetzt mal ein bisschen. Findet Karl nicht in Ordnung. Das ist die nächste Message, die er mitteilen möchte mit der Welt. Dieses... Ja. Wenn du dich jetzt beim Secret versteckst, ne? Dann? Was machst du dann? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. So, ich bin versteckt. Okay. Drei Minuten ab jetzt. So, ich hab das Gefühl, du könntest... Also, hier sind ja sehr viele Gebüsche und so, ne? Ich hab das Gefühl, du könntest dich da versteckt haben. Ich glaub nicht, dass du dich im Haus versteckt hast. Den Gefallen tust du mir jetzt nicht. Gefallen? Bitte? Ist es ein Gefallen, wenn ich mich im Haus verstecke? Ja, eigentlich schon. Achso. Eigentlich schon. Ich bin ja gespannt, ob du mich findest. Aber ich bezweifle es stark. Okay, wo könntest du sein? Vielleicht im Pool. Weil der Pool hat vielleicht ein Secret. Kann natürlich auch sein, ne? Das kann natürlich auch sein, weil... Okay, man... Oh, man kann in die Garage schauen. Das ist ja cool. Und auch... Oh, das ist ja schön. Guck mal, jetzt gibt es hier so... Ich hab aber trotzdem das Gefühl, dass du vielleicht... Oh, warte. Ja, hab dich! Oh! Hab dich! Man konnte deine Haare sehen. Aus diesem Grund hab ich das erkannt. Nächstes Mal mach ich die Haare weg. Ja, mach das. Auf jeden Fall. Yes! Ich hab dann ja gefunden. Und das im neuen Haus. Obwohl du das Haus viel besser kennst als ich. Also, eigentlich ist das zwei Punkte wert, würde ich schon sagen. Ja, warum? Ich hab mich ja jetzt nicht im Secret versteckt. Ja, aber trotzdem. So, okay. So, dann bauen wir jetzt noch das Gefängnis. Beziehungsweise ich baue das jetzt. Und dann verstecke ich mich da. Okay. Schön, 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 schön. Gibt es eigentlich neue Secrets vom Portal oder so? Nee. Gar nicht? Nee. Ich hab erst gedacht, dass in dem Gefängnis, da ist so ein Heizungsraum. Und da ist im Prinzip so eine... Also, da kann man, glaub ich, die Heizung halt einschalten und dann ist da quasi so eine Kugel. Aber die verschwindet jetzt nicht wie die anderen Kugeln, die man da halt so einsammeln konnte. Ähm, deshalb glaube ich fast, dass es nix damit zu tun hat. Okay. Ich bin versteckt. Okay. Es ging halt auch irgendwie relativ schnell. Darf ich eine Liege benutzen eigentlich? Bitte? Darf ich eine Liege benutzen? Äh, ja, komm, darfst du. Okay. Das darfst du. Das ist mal in dieser Runde erlaubt. Okay. Ich erlaube es. Ist ja sehr freundlich von dir. Ich weiß. Hast du dich hier im Secret versteckt? Welches Secret? Gibt es hier auch ein Secret? Ja, das hast du doch auch schon gesagt, dass du weißt, wo das ist. Äh, okay. Dann kann ich mich, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Achso, hast du vergessen? Ja. Ja, das ist halt auch schon, äh, ganze fünf Minuten her wahrscheinlich. Also ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ist deine Zeit um? Nein, meine Zeit ist nicht um. Doch, deine Zeit ist um. Meine Zeit ist nicht um, sie läuft hier. Wir haben zwei Minuten gesagt. Wir haben zwei Minuten gesagt, aber selbst dann ist meine Zeit noch nicht um. Ich dachte drei. Wie immer. Ja, vielleicht auch drei. Ja, wie jetzt? Zwei, drei. Ey. Manchmal weiß ich auch einfach nicht, was... Drei, zwei. Okay, fünf minus zwei. Zwei. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, ey. Soll ich wieder in Urlaub? Ja. Es reicht schon wieder. Es ist schon wieder genug. Es ist einfach so, als hättest du dir das alles so im Urlaub angespart, einfach nur, um es dann rauszulassen direkt. Ich habe so einen Bausparvertrag abgeschlossen. Ja. Für Nerven. Ja. Den durfte ich mir jetzt auszahlen lassen nach dem Urlaub. Ja, genau so fühlt sich das an. Ich weiß. Stressig. Ist deine Zeit jetzt mal um, jetzt mal ehrlich? Nee, ich habe jetzt noch 25 Sekunden. Also, wenn wir jetzt von drei Minuten ausgehen. Ja. Ist okay. Fünf minus zwei. Drei. Zwei. Also, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wo du dich versteckt hast. Das Ding ist halt, das ist halt auch riesig, ne? Also. Ja. 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 Zeit ist um. Ja. Oh, ich, äh, also, ich war irgendwo in einem geheimen Gang. Ja, dann warst du ja im Secret. Ja, ich weiß aber nicht, wo. Ich habe auch gar nichts mehr gesehen. Also, ich war irgendwo da im Lüftungsschacht drin. Ja, okay. Okay. Gut. Dann komm gerne raus und... Ich bin aber noch nicht versteckt, du Nervensäge. Ich komme. Nein, tust du nicht. Dann zählt halt einfach dein, äh, dein Finden nicht. Was ist das denn für einen Satz, bitte? Naja, keine Ahnung, mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Kann ich eigentlich... Nein, kannst du nicht. Du brauchst gar nicht drüber nachdenken. Hör auf, mit der Kamera in die Häuser reinzugucken. Hör auf, über die Sicherheitskameras oder sonst sowas da reinzugucken. Krieg ich die Motten. Sowas mach ich nicht. Mhm. Genau. Das zeigen uns nämlich vergangene Videos, dass du sowas niemals tun würdest. Das zeigt vielleicht auch dieses Video, aber ich weiß es nicht. Was? 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 Hast du geschummelt? Wie bitte? Alter, hast du geschummelt? Nein. Ja, und warum sagst du dann so, das zeigt vielleicht doch dieses Video? Ich hab gesagt vielleicht. Alter, Khan. Was? Hast du jetzt geschummelt schon wieder? Nein. In dem ersten Video, was du nach deinem Urlaub mit mir aufnimmst, direkt schummeln. Findest du das in Ordnung? Nein. Hast du dich jetzt versteckt? Nein. Ich komm grad nicht dahin, wo ich hin will. Okay, ich bin versteckt. Okay. Dann. Go. Okay, bis 31,55. Ja, klasse. Sehr gut. Super versteckt dann, ja. Super versteckt. Bist du denn jetzt so schnell dahin gekommen? Also, ich bin ganz ehrlich. Das, also, du hast so lange gebraucht, für dieses Versteck hättest du dich zumindest in die Mitte oder so verstecken können. Ja, ich bin da nicht so schnell reingekommen. Ja, äh, damit hab ich das, äh, Heidenzyk heute gewonnen. Ja, und hast wahrscheinlich auch geschummelt. Nur in der zweiten Runde, nicht in dieser Runde. Also, ich hab dich trotzdem einmal fair gefunden. Du hast echt jetzt geschummelt? Ja, in der zweiten Runde war das aber. Nicht in dieser Runde. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ja, ich, in der zweiten Runde hab ich über die Kamera gesehen, dass du dich da im Gebüsch versteckt hast. Also, das können wir ja ausfallen lassen, aber zumindestens, das zählt ja jetzt. Also, 1,1 eigentlich. Also, du hast mich einmal gefunden, ich hab dich einmal gefunden. So, Leute. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, Dania hatte anscheinend wieder sehr, sehr viel Spaß heute beim Hide and Seek. Ähm, sie bereut es jetzt schon, wieder Videos mit mir zu machen, aber, äh, so ist das halt bei besten Freunden. Äh, Dania, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, toll. Ich freu mich wirklich, dass du wieder da bist. Und, ja, die Stars. Tschüss. Tschö. Tschö. Tschö.